Gieß da mal sporadisch hin. Wo bist du jetzt? Unsichtbar? Wie war ich kurz weg? Ja, du warst eben gerade vor mir noch. Ich habe einen Knopf gedrückt. Dann leckt es immer kurz. ESP-Knopf oder was? Quasi. Nee, ist alles gut, Brunnen, da ist nichts. Nee, ist alles gut. Sei ganz normal, sei ganz normal. Wir müssen zwölf Kilometer aufpassen, da ist ein... Da ist ein Stein auf der Straße. Wo bist du denn jetzt hin? Jetzt bist du weg. Ach nee, du bist im Wald. Ach, hier steht der Motorrad, wollte ich mir noch angucken. Motorrad-Check. Geh nicht. Wir sind nur zu zweit, wenn wir eine Fünfergrube wären, würde ich nicht verstehen. Wo bist denn du? Ah, ja, okay. Und jetzt? Wir sind rechts von dir, irgendwie. Ich fahre jetzt im Wald drin. Ja, wir fahren lieber rechts im Wald rein. What are you doing? Don't know. Don't know. Ich hatte voll Angst. Das ist wirklich voll Angst? Nee, er hatte voll Angst. Wo er das ganze Zeug gezeigt hat. Hier ist eine Base übrigens. Ja, ja, genau. Da wollte ich mal kurz einen Blick raufwerfen. Alter Freund. Kommt man da hin? Über eine Treppe. Ja, die müssen irgendwie reinkommen. Eben hier. Das Schöne ist, du siehst immer, wenn die zu Hause sind. Ja. Wieso? Ja, wenn die Zombies. Wenn die da landet. Und noch Zombies, genau. Können die wahrscheinlich gar nichts mehr machen, du. Was da draußen alles steht. Die müssen zu Hause auch ausgelockt haben. Weil hier steht ein WhatsApp und ein Weibarn. Bist du mit hingefahren oder was? Nee. Na ja, klar. Und Little Bird steht hier auch. Ja, trotz mich voll. Ich fahre jetzt über die Straße. Ich bin hingefahren. Hab doch nichts. Ich verliere nur meine M-D. Ach, da hinten fährst du. Okay. Ich seh dich. Rinn ins Feld. Schöne Maisfeld. Das ist kein Mais. Das ist Raps. Ein Löwenzahn. Ein Löwenzahnfeld. Die Folge, wo sie verarscht werden bei Twitch. Nee, nicht. Oh, bin ich blöd. Wie tief. Sag ich jetzt nichts zu. Twitch. 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 Ich muss es ihm verarschen. Hallo Kinder, ich bin Peter. Das ist ein Skinhead. Alleine macht er nichts. Ah, die Fresse, Mann. Aber eine Gruppe. Ist das Skinhead ganz schön. Und dann kommen drei andere. Hey, was geht alter Dicker. Dann schmeißt du den Molotow Cocktails aus deinem Wohnmarkt. Sind sie ganz schön gefährlich. Du nicht alles wehst, aber. Es ist immer was zu erzählen. War schön. Ja, stimmt. Ist nicht so langweilig denn. So, ich bin jetzt auch da. Stimmt. Da geht es jetzt so zum Kopf. Was ich mir erst nachgemacht habe. Und gewollt hat. Ah, hier ist das Motorrad. Cool. Yeah, das steht noch da. Sehr geil. Mag ich gerade daneben? Home Sweet Home. Alles noch so, wie es verlassen habe. Oh, der Stein steht noch da. Ah ja, um ins Gieren zu gehen, musst du dich hinlegen. Oh, der Stein steht noch da. Ah, ah, okay. Ich jeckt. Ah, das ist ein Essen drin. Also verrecken werden wir hier nicht. Essen, trinken ist drin. Und eine J-Tick. Und dann drücke ich auf welchen Knopf? Den Knopf? Ah ja. Okay. Ich musste das erstmal checken, wie das funktioniert hier mit dem Anlocken. Dann müsstest du auch rin kommen, ne? Wenn es unlockt ist. Jo. Aber ich habe ja nichts Wichtiges dabei irgendwie. Soll ich die Lockbox erstmal nur rinpacken, oder? Aufbauen, oder? Noch brauchen wir sie ja eigentlich nicht. Hm. Hm. Sehr gut, dann mach es rein. Ja, ja, gut. Gut, gut. Wollen wir denn runter ins Militärcamp vielleicht nochmal? Und da? Ja, ich glaube, wir müssen aber hinlaufen, oder? Weil mit dem Fahrrad ist nichts gespawnt bei mir. Oder wenn wir zu zweit sind, weiß ich nicht, wie es dann ist. Wir dürfen nicht runterfahren. Wir müssen fahren mal bis zum Rand. Bis zum Rand. Bis zum Rand. Bis zum Rand vom Wald hier, oder wie? Wir könnten doch die Mission machen. Mit einem neuen SD, wie gesagt. Wie gesagt. Ach, den hatten wir schon. Hä? Ja. So. So, okay, dann komm ich mal hoch. Abschließen konntest du es, oder wie? Nee, wieso? Ist es abschließen? Abgeschlossen, nach dem Server Restart ist es wieder abgeschlossen. Ah, schade, jetzt haben wir hier ein Moped rumzustehen. Jetzt kannst du es abmontieren, aber. Jetzt haben wir hier ein Moped rumzustehen. Lies doch die Räder an, und dann kannst du es abmontieren. Los. Wo dann? Was denn? Was machst du denn? Lass uns doch stehen. Da passiert doch nichts. Da spawnt jetzt niemand drauf. Ich will es doch... Nee, ich will es abmontieren. Die zwei Reifen. Warum denn? Damit... Ah, toll, Reifen zerstören. Oh, mir ist schlecht. Beim Fahrradfahren wird mir immer schlecht. Wird dir schlecht beim Fahrradfahren? Alter, diese Glocke. Bei dir war es eine Millisekunde früher. Ich habe zuerst gehört, als du gesagt hast, Alter, diese Glocke, das war genau eins. Als wenn du dich sofort aufregst. Wo bist du lang gefahren? Durch den Wald, direkt. Also rechts zum Mini-Camp, äh, Richtung Süden. Ja. Süden? Gut. Ist das Süden? Ja, nicht, dass wir... Nee, ich fahre Richtung... Osten fahre ich. Alter, da meinst du die andere. Alter, richtig. Achso, du meintest diese Dinge mit den Zelten, oder wann? Oder wo? Nee, nee, Komarowo nimmst du, ne? Ah, ja, ich nehme Komarowo, genau. Genau, okay. Gut. Das ist schwierig, jetzt ist es drin. Löwenzahn. Löwenzahn. Wer hat denn so viele Bäume hier hingestellt? Das ist ja unnatürlich. Doch unnatürlich. Ist das bei dir auch so hell? Ja, komisch, ne? Ja, das ist richtig hell hier. Die wollen die Lichtverhältnisse so schön machen im Wald, aber eigentlich ist es dunkler im Wald, ne? Finde ich. Hm, das stimmt. Das ist nicht unwahr. Wir wollten hier, glaube ich, Lichtung so symbolisieren. Aber Hauptsache, der Feinstaub liegt hier rum. Das können sie. Pollenflug. So, 600. Ich bin dafür, dass wir unsere Fahrräder am Ruh-uh-uh-hunderter. An den Tannen abstellen? Ja, irgendwie noch im Wald hinlegen. Denn eruieren wir die Umgebung. Und werden hinübersturmen. 100 und 184 liegt mein fahrrad eine geile knall eine geile knall da bist du echt selig hat geht ja auch nicht ach siehst du würden uns noch umziehen naja du kannst dich umziehen jetzt schon ein wir hätten uns verkaufen können zum umziehen da hinten im oder und ich wollte es noch sagen da hinten steht eine mie da hinten ist auch so eine fette base ja nein ich will ja aber hier noch prinzipiell wollen andere sagen aber ja du hast recht manchmal ist eigentlich schwierig mit worte so du läufst zuerst oder ich gucke jetzt mit dem rangefinder rangefinder hier okulare also es wie der stand vorher auch schon da der ist kaputt das ist keine richtig ja und da stand aber rechts stand eigentlich noch da schätzt und so ein jeep eigentlich kaputt war das nicht ein anderer also ich geh jetzt ja los direkt vor mir direkt vor mir und vor der brücke dann ja ja die würde ihn kriegen du müsstest denn nur am leben bleiben was ist denn das da oder was ach das ist so ein scheiß huhn wieder eh hat mir nun rechts von mir oder es ist ein schaf es beobachtet mich rechts von dir ich sehe es nicht drinnen oder wo es hier wo ich hinschieße das atmet ok bist du und das passiert ich bin jetzt in der ersten baracke ich höre auch nichts ok dann komme ich hast du die noch aufgehabt nein ich habe aber gewartet bis du jetzt mal reagierst naja manchmal dauert es länger ich will den gps noch im klo liegen gut nehm ich ach da hinten das ist ja das wird wohl ein huhn sein so ein oral hab ich mir früher immer gerne gekauft ein oral mit ein oral da weißt du was du hast weißt du gerade eine eklige AIK finde ich ne das ist Antibiotika man weiß ja nie bist du gerade zu in die Baracken oder hier nach rechts bin gerade auf die eine zu hierrand die erste die lütte sv98 hast du nicht ne sv98 doch hab ich die sind schweine teuer ok nehm ich nehm ich nehm ich das hm der erste zombie oh man oh nein oh nein wie viel magazin wie viel magazin dmr wenn wir mal mitnehmen ja den mal ausschalten bringt so ein g3 geld weiß ich gar nicht nicht viel glaube ich ich glaube auch nicht hier ist noch ein gps ok ich glaube die geben aber auch noch gut könnten einen schein können die bringen n 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 90 SD, sonst finde ich die nie. Das ist schon zu fehl. Also Max oder noch eh? Ne, 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 noch ne. Und noch ein J-Dag. Eieiei. Läuft, 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 läuft. 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 Ja. Alter, die Pistole spawnt immer da, oder? Die Makarov. Oh, ein E-Tool. Das sieht man gar nicht auf dem Bett, das ist ja fies. Das ist auch ein E-Tool. Oh, mitnehmen, mitnehmen. Dann haben wir drei. Ich habe auch noch eine Base gelagert. In der sogenannten. Im K17 könnte auch noch ein bisschen Money bringen. Gut. Ja, aber Waffen sind ja hier nicht so. Die Waffe ist auch Assi, die ich habe, oder? Och, du Scheiße, ey. Was denn? Sofort verkaufen, die AEK. Die sieht so scheiße aus, muss mal durchgucken. Heißen Standard. Ich nehme immer gerne noch Painkillers mit. Ja, hast du. Willst du die SVD, SV 68, 69, 7, KY haben? Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch nur einen Mac dann. Und du hast auch einen. Das ist nicht so gut. Ne, ich habe zwei Macs, aber. Gib dir jetzt erstmal das andere Mac. Ja, denn ist das abgemachte Silzer. Wieso, Hike, vielleicht noch eine Waffe für dich hier? Na gut, ich habe noch eine HK und eine ACR. Brauchst du noch ein Fernglas? Ne. In der Kiste. Das ist jetzt das Mac. Gib mir das Mac. Jetzt nicht wahr, oder? Das dauert, das dauert immer ein bisschen. Das geht auf jeden Fall, aber es dauert. Das ist das Mac. Hier ist das Mac. Oh ja, da ist es. Um nicht zu dupen, weißt du? Reingesuppt. Ach, stimmt. Stimmt. Dupen, dupen. Dupen, dupen? Tja. Das war doch schon hier, wa? Jep. Hm, okay. Heißt, wieder zurück zu der Far Raider und die andere, das andere Camp nochmal anschauen? Das ist die Frage, von wo sind wir reingekommen? Och, geil. Alter. Geil. Hast du geschossen? Ja. Und warum hast du dich getroffen? Äh, weil mir. Es war mir fast egal. Ich wollte sie nur nochmal hören. Hallo? Äh. Ja, jetzt müssen wir die richtige Richtung finden. Da hoch zu weit, ne? Ja, ja, genau. 100 irgendwas. Hast du es schon wieder vergessen, oder was? Ja, ja. Boah, 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 ich habe kein GPS, weißt du. Den kann man nicht abbauen. Vorhin war der da links, da, in der Nähe von diesem Häuschen, da. Okay. Und ein bisschen Wald am Wald drin noch. Der Schweinehund. Äh, äh, dein Fahrrad sehe ich. Glaub ich gerade draufziehen. Äh. Meins liegt bei 100 irgendwas. Da müsste ich eigentlich hinter... Also an der Base liegen lassen. Meins liegt am See. Ah, da, okay. Ich sehe es. Meins liegt da hinter dem Tannen. 100, 184, genau, ja. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. So. Die SVD, äh, die SVD, man, ich sage mal SVD, aber einfach nur, weil ich so gewohnt bin wahrscheinlich. Macht der Gewohnheit. Da ist's. Weg mal. Weckschmeißen. How do I get Zetron Charges? Gibt es die? Ach, die gibt es im, ähm, Bandit Trader. Warte, du. Fahr. Äh, äh, andere Seite wolltest du noch, ne? Oder wolltest du jetzt? Äh, wir könnten da kurz, natürlich kurz ablegen und dann nochmal nach unten fahren. Ach so, okay. Und hier auf der linken Seite, aber halt hier, wie kommt wohl Staun? Da. Die Ratte. Wo ist die Ratte? Nicht mehr, dass er hier noch rumlaufen wird. Aber wenn er auf die gleiche Idee kam wie wir? Und dann hat er dich gesehen, dass er abgehauen hat und mich erschossen. Das kann sein. Boah, hast du gesehen, Alter? Rum, 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 herum. Also die ist ab nochmal, was die an Bäume herumsteht, ne? Gib Gas lieber, wo ho. Oder gib Gas lieber, wo dann. War das schon 45? Ich bin gerade 45, so erreiche ich jetzt auch schon die. Rum, rum, rum. Tritt mal aufs Gras, Peter. Das sind sicher nicht die ganz alten Mountainbikes, die nur einen Gangschaltung haben. Und mach es noch einmal. Rum, 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 wie dum. Gott. Warte ich hier schon? Bin ich schon da? Äh. Das erschossene Motorrad steht hier. Oh, nicht im Bett. Oh. Jetzt. Hier, 100 Meter. Um, bum, bidum. Ah, cool. Hat er sich gemerkt. The Code. Finde ich echt gut. Finde ich echt gut. Schön versteckt hier. Ja. Und du bist von dem Baum so ein bisschen geschützt. Das Gott. Wart. Ich guck dir erstmal hier. Ich guck dir erstmal hier. Ego. Ego Perspektive, sonst sehe ich nichts. J-Tech noch rein und das noch. Okay. Soll ich offen lassen oder so? Ja, ich muss auch noch was drin machen. Dann geh mal ran, na. Rum, 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 wie, rum. Ah, dann mach mal das J-Tech-Magazin lieber da drin. Das ist wenigstens noch was wert. Im Gegensatz zu so einem Reifen. Den Reifen hab ich auch nicht reingemacht. Ach, der war schon drin. Da hab ich keinen Reifen reingemacht. Ich hab ihn in den... Nee, ins Zelt, ja. In den Zelt. Ja, ja, ich mein ja. Da hattest du noch ein J-Tech-Magazin. Das könnte man ruhig hier... Ach so, okay. Ja, da haben wir schon vier. Krass. Der ist ein Shimane, Mann. Heli, Heli. Lies ab. Okay. Wo ist der? Ach, die Mission ist schon wieder auf dem Berg. Okay. Gut, also diesmal jetzt wieder nach unten. Nach Kryovi. Vielleicht finden wir da noch was zu essen. Wenn wir laufen... Ich will da noch was zu essen. Boah, du willst... Nee. Wie ist das? Kilometer. 1100 Meter laufen. Ich bin schon unterwegs und verharrt. Das ist ja gut. Rinn, rauf. Ihr dreht. Ja, ich kann nämlich nur mit, um was zu schießen zu haben. Werde ich bei der nächstbesseren Waffe tauschen. Ja, naja. Ich finde unseren Plan erstmal nicht schlecht, hier auf der kleinen Insel zu bauen. Und der Platz ist cool. Da haben wir noch einen Trailer ganz in der Nähe. Könnte man sich erstmal gewisse Grundlagen schaffen, um hier... Genau. ...mal was zu machen. Die Biker-Gruppe. Ja, die Gruppe. Früher bei Origins hatte ich genau hier vorne meinen... Achso. Ach nee, gar nicht. Noch ein bisschen weiter rüber. Er hatte es neben dem Leuchtturm. Ja, man wusste ja, die Origins Häuser konnte man irgendwie nur 200 Meter von der Stadt entfernt bauen. Mhm. Aber mit dem Trick nicht. Da konntest du irgendwie... Ach, Quatsch. ...abbrechen und drehen, 180 Grad. Ja. Während des Bauern hast du das Radius vergrößert von dir. Nee. Echt? Doch, ging. Oh Mann. Da habe ich ein YouTube-Video gesehen, das ging wirklich. Habe ich dann ausprobiert? Bist du hinter mir, endlich? Ja, ja. Das ist nicht der andere. Das bin ich. Am Ende der Straße. Nicht schön? Ja, liegt mein Haus. Mit, mit, mit Zufahrt. Bis links gebackt bist. Guck, wir fahren rückwärts rein. Guck mal. Warte auf mich. Warte. Oh, da hinten steht das Flugzeug immer noch. Das lacht mir ja so an, Mann. Geht garantiert hoch, dann, wenn du einsteckst. Ha, da ist wirklich jemand mit meiner Fahrt eingetreten. Das Geld war's wert. Ich werde mein Fahrrad hier am, am Wasserturm parken. Kann ruhig, kann ruhig umfallen. Es kann ruhig umfallen. Naja, es bleibt. Sein checken. Wicke gemacht. Tiefe Gras. Oh, wunderschöne. Aber hier leckt es irgendwie. Art, art, fies. Geht schon mal in den Supermarkt. Ja. Ich nehm dir. Oh. Nichts bessere Waffe. Supermarkt ist echt dein Besten. Geil. Oh, ein Reifen. Reifen ist immer gut. Ja, Sam, ich hab dich auch gesehen. Alter, hier ist ne, ne, ne SKS, ja. Damit kann man Schaden anrichten. Kann man aber wirklich. Oh, cool. Ein MK17 Eagle, RCO. Alter, hier liegt mehr Scheiße rum, als in den ganz normalen Schatz Baracken. Fucker. Geil. Unglaublich. Geil, du kannst die Base von hier schon, kannst du die schon penetrieren. Ey, wow. Was denn? Hier. Und hier ist ein Toter. Äh. Und zwar liegt der Typ, der sich vorhin die, äh, die, die, das Auto gekauft hatte, das schwarze. Sieht's aus, als ob der hier rumliegt. Okay. Schwierig. Und ich geh auch ein Auto. Oder? Oder ist es nur die Mischung? Oh Mann, jetzt krieg ich schon wieder hier. M14 EOTech. Alter, hier liegt richtig die Waffen rum, mal. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Oh, Zombie. Ich hör irgendwas. Ja, Zombie und ich, ich lauf jetzt grad, muss auf die Straße, das ist das Problem. Oh, da kommt was. Von wo? Ah, hörst du's nicht? Doch, aber ich weiß nicht, von wo. Ich bin reingerannt jetzt. Scheiße. Ich muss wechseln, weil die Waffe hat keine Munition. Okay. Ah, jetzt läuft der hier noch durch, der Tomina läuft. Da draußen liegt der Halt. Knallen ab und hei den, warte. Ah, doch nicht, er geht raus. Könntet irgendwie rechte Seite oder so, ne? Kann das sein. Ich geh mal aufs Dach. Außer hier. Ach, was? Ich geh mal aufs Dach. Was denn? Ist doch gut. Weiß ich nicht. Um, 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 um. Schau mal, bist du bescheuert? Das hörte sich ein bisschen an wie ein SUV, aber ziemlich weit weg. Ja, kannst du haben, dass er recht einer weggefahren ist. Okay, ich knall ihn jetzt ab, den Idioten. Klar, du hast es vorher gesagt, aber ganz im Ernst. Dieses Plumpe, ne? Ja. Heide die jetzt auch. Die Heiden! Ja, willst du nicht mal draußen die Leiche angucken? Was? Wo ist denn die, auf der Straße oder was? Naja, nicht neben der Straße. Ah ja, viel besser. Eben. Wie kann das Auto schon wieder erwartet ist? Kommt aus dem Wald aber. Okay. Ich darf jetzt nicht rennen, sonst hab ich Zombies. Ja? Lass dir Zeit. So, ist gut. Ich hab Zombies. Was? Ne, ne, mach nichts, mach nichts. Ich nehm die mit hier ins Haus. Dann bin ich wenigstens ein bisschen safe auch. Ja, kommt, aber beeilt euch. Sieht er mich? Ah, der ist weiter weg. Ich hab das halt. Da hinten kommt Staub hoch. Ja, der ist da hinten. Hast du nen Kompass? Ähm. Gib mir mal ne Richtung. Westen. Westen Richtung Norden fährt er. Westen Richtung Norden. Oder es könnte auch ein Motor sein von Helikopter. Ich mach sie auch manchmal an und fahr einfach weiter dann. Um? Ja, ich hab grad hier geschlagen und so. Alter, ich hab doch schon SD geschossen, Mann. Wieso kommen die jetzt alle? Also, ich hört fast ja nicht, wenn du da SD schießt. Okay, doch, ich hört. Oder? Ja, wenn er gegen, wenn er gegen das Ding trifft, dann hört man's. Ja, ich esse und trinke jetzt. Warte. Ja, wenn ich hier Zeit lässt, Mann. Was denn? Nee, ist alles gut. Klatsch. Ich wollt hier jetzt keinen Druck machen. Mann, lass dir doch nicht so viel Zeit. Wegen was denn? Die kommen doch nicht zu uns. Was denn? Versteh dich da? Ich bin einfach nur gespannt, was da drin ist. In der Leiche. Ach so. Hm. Hab ich schon wieder vergessen. Wegen der scheiß Leiche. Der Leiche ist ein Schlüssel. Nehm ich mit. Passt zu dem Auto hinter der Leiche wahrscheinlich. Open the petrol pack. Petrol pack. Wahrscheinlich läuft das Auto, weil der Herr vergessen hat, seinen Motor auszumachen. Ja, aber was liegt denn da? Das ist, das ist dieser scheiß Motor von diesem scheiß Auto. Ah, okay. Okay. Er fährt jetzt aber wenigstens in die Richtung und hat gestürmt in Ordnung. Stimmt, stimmt. Oh Gott, sind wir schlecht. Ja, komm. Oh, der wurde angeschossen und ist rausgeflogen deswegen. Weil hier fehlt ein Reifen, den ich ja nicht mitgenommen habe. Ich habe einen gefunden. Dann baue ihn an. Den kann man aber nicht abschießen. Wie? Den klar kannst du nicht? Den kannst du nicht? Du hast doch einen Schlüssel, oder nicht? Ja, aber nicht von denen. Das ist er nicht. Ach, du erzählst schon wieder scheiße. Hier, Repair Vehicle und Salvage. 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 Französisch. Eilen wir ihn mal. Ah, okay. Fanu. Er hat sich gerade aufgelöst und ist jetzt ein Skelett. Super. Hm. Also könnte schon eine Weile her sein, aber dann waren wir irgendwie wahrscheinlich im Bunny Boar. Ding. Gut, jetzt haben wir ein Auto, was wir verkaufen können. Was gibt es? Gibt nicht viel, ne? Das gibt nicht viel, ne. Oh, wo willst du hin, ne? Da können wir die Waffen wieder verkaufen. Und das Auto. Gute Idee. Oh. Aber dann fahren wir eben mal kurz... Ach, der zu Base fahren macht nicht viel Sinn, ne? Ja, wenn nur die J-Tag würde ich aufbehalten, die Magazine. Vielleicht kriegen wir auch mal eine. Auch nicht die schlechteste Idee. Ich hab ein paar Waffen gefunden, also... Vielleicht kann auch Bob damit schießen. Weißt du? Stimmt. 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 Oh man. Vielleicht überleben wir jetzt. Puh. Ah, grace. Soll ich hier abbiegen oder fahr ich unten drunter durch? Ich fahr unten drunter durch. Ja, normalerweise dürfen sie die Straßen nicht zubauen. Das dürfen die nicht. Alles gut. Kein Problem. Stand aber im Motorrad, ne? Mhm. Kann's nicht mehr hören. Kann ich doch mal kurz anhalten. Hey, ist das nicht ein Motorrad? Ah, ihr wisst ja eigentlich, dass ich die Karre voll mag. Warst du ein Sedan, magst du? Ja. Das hat sowas von der DDR irgendwie... Also nicht... Verstehst du? Das ist ein altes Auto halt. Was denn? Warum ich Kiel lang fahre? Ja, desig war grad bei mir deswegen. Achso. Eigentlich sind wir geradeaus durchgefahren und auf einmal war es mit einem Rasen hier. Ja. Der Surfer. Oh, der ist ja relativ schnell hier. 30 hätte ich jetzt... Ja, 30 hätte ich jetzt nicht erwartet. Ey, jetzt also... Alter, wow. Ein Fahrradfahrer ist grad vorbei hier fahren. Quatsch. Achso. An uns, ja, ja. Ja. 45, weiß ich nicht. Ring, 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 ring. Alright. Und von drinnen sehe ich noch weniger. Boah. Hallo. Hat jemand was gebaut? Ach, nächsten Spielplatz. Okay. Voll gut, ey. Dieses alte Spiel ist echt gut animiert, muss ich sagen. Das Spiel selber läuft kacke, aber... Diese Kleinigkeiten wahrscheinlich haben sie darin sich verloren. Okay, langsamer, langsamer. Ja, genau. Jetzt, die rennen raus, die Säcke rennen raus. Ne, ne. Achso, nein. Soll ich einfach fahren? Nein, es geht nicht. Ich höre nicht mehr, ich habe 11-11 gedrückt. Warte mal. Ist irgendwas in drinnen? Hattest du mal geguckt? Ne, ist leer. So. Weg damit. So. Wo kann ich bei den Typen hier was verkaufen? Woher ich wieder umsonst?